Und damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu Ben & Dead Blood Party mit Kunde und Alex. Guten Tag. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt sind wir immer noch in der Küche. Part 2 vs. Vier Leben nur? Vier Leben. Okay. Komm hier, ihr schubst euch direkt am Anfang runter. Ist das die selbe Map? Nein. Nein... Hey, komm hier! Wohohohohohohohohohohohoho, da komm ihr doch mit der ganzCC! Mach dir was mandatory! DasRadio auch nichts! Hab mir wirklich erschrocken dabei. Willst du abhauen, hier ist ein Checkpoint Ja, was habe ich denn davon? Wieso? Du kannst... Du kommst... Kondi! Lass das! Ich renne! Ähm... Kann's sein... Oh shit, ich brenne auch! Ich brenne auch! Ich brenne auch! Du musst das Wasser hier... Ja, hier ist Wasser! Nee, hier ist kein Wasser! Geht bloß weg von mir! Kann's sein, dass man einfach... Ich hab das heilige Hut, aber wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Nein, das Hütchen! Ich glaube, das ist einfach der letzte Überlebende! Ja, das kann sein! Was macht man mit dem Huhn? Ja, jetzt kannst du springen! Kann man nicht! Das ist geplatzt! Aua! Okay, du Sack! Weg hier! Äh... Jetzt kann ich... Wirst du noch fallen lassen? Äh... Ehe! Noch mehr Grund ran! Ich hoffe nicht! Das ist ja voll unfair! Ja! Oh shit! Ich hab nur ein Leben! Wir müssen beide auf Alex! Ich hab auch nur eins! Äh, okay! Ich versteck mich einfach in der Tasse! Oh, tschüss! Seht mich nicht mehr! Hundi, ich will zu dem Huhn! Achso, ja! Ähm... Los, Alex! Oh shit! Äh... Wie hast du das jetzt gemacht? Du kannst einmal richtig gut mit dem Huhn springen! So, du... Ich kann nicht mehr rennen! Was ist denn das denn? Woll ich jetzt absp... Was?! Hilfe! Au! Oh shit! Äh, komm! Du bist doch am Arsch, ey! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Körper! Ich hab... Komm her! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Au! Jetzt hast du mir noch ein Stück abgeschnitten! Kannst du überhaupt noch mal... Nee! Hahaha! Komm doch her! Komm doch her! Ah, ich kann mit Bomben werfen! Oder... Komm her! Komm her! Komm her! Oh! 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 Wie schön! Was ist eigentlich mit dir passiert? Du bist ja in der Hälfte! Ja! Wie soll ich dich da kriegen? Was ist denn das? Lauf Aua! Ah! Wie soll ich dich denn töten, wenn du da unten bist? Kann einer unten? Rechte Maus! Ah! Oh! Das ist gar nicht so leicht! Oh! 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 Er kriegt... Er hat mir die Hand nur abgeschnitten! Komm her! Hahaha! Hahaha! Aua! Lul! Was bin ich denn? Äh... Halt auf! Das ist... Was passiert, wenn du jetzt deinen Kopf fährst? Ich glaube, wir vereinigen zu... Ja, da bin ich ein halber Kopf! Ah! 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 Green ist... Okay, komm, eigentlich hat er eh gewonnen! Wir können wir das nicht raus! Oh! Okay, das ist lustig irgendwie! Ah! Und dann geht das Ziel auf! Ja anschein... Ja, oben waren so drei Töpfe, glaub ich drauf, ne? Oh, man! Sehr lustig! Oh, hier kann man... Hier kann man, glaub ich, richtig freuen! Glaub ich nicht, den müssen! Reach the goal! 22 Läden! 22! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Alles klar! Aua! Lass mich da... Uah! Uah! Aua! Noch gebe ich nicht auf, hier Ganouven! Wie soll das denn gehen? Nö! Der mittlere Weg ist eindeutig der Beste! Aua! Ich hab's überlebt! Der Scheiße! Oh, hier gibt's wieder Löffel, Leute! Ich hab' weder Füße noch Arme! Ich hab' einen Arm und zieh' mich! Hallo! Ich beweg' mich vom Kopf vorwärts! Ich bin der Dolphin-Dive, man! Warum kann ich's auch fragen? Ich hab' die Moves! Ich hab' die Moves! Oh, Abschlag! Ja, das freut's ja hier! Ich weiß' nicht, ob ich hier unten drunter durchfange! Shit! Ey! Aua! 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 Ich soll mich einfach springend fortbewegen! Aua! 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 Mein Land war's explodiert! Aua! 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 Ich brauch' mal Hilfe! Bin unterwegs! Ich glaube der... Achso, man kann den Löffel nicht mal aufheben. Das ist so scheiße. Oh, ich habe euch den Weg... Ich habe euch eine Abkürzung aufgemacht. Das ist aber sehr nett von dir. Ja, stimmt. Ich bewege mich halt immer noch ohne Arme. Ich kann schon wieder nicht springen. Was ist denn das? Das ist eine Ausrede, ist das. Jaaa... Alex? Hallo. Sehr toll. Darf ich mich mal aufheben? Ich kann meinen Kopf noch werfen. Was machst du denn da für ein Teufel, ey? Kundran. Ja. Kundran der kleine Delfine. Jeder mag ihn. Cool. Wie das aussieht. Uh, das war knapp. Oh Gott. Au. Das geht immer noch. Ja, das schaffst du noch. Ja, das schaffst du noch. Boah. Der war knapp. Aber hier nicht. Ich kann meinen Kopf nicht werfen. Ja, das schaffst du. Das schaffst du auch. Habe ich auch immer mit Kopf gemacht. Oh. Nein! Jetzt habe ich die ganze Strecke so geschafft. Ja. Bitte, wir schlagen Sachen ein. Ich bin nicht gut von euch. Warum sollte man da hochgehen? Ja, da oben muss ich die Tür aufmachen, wo ihr einfach durchgehen könnt. Achso. Genau. Oh shit! Ich weiß ja, ob Kulung die Map schafft. Was ist denn das für ein komisches, lautes Geräusch, wo man wieder lang läuft? Da wirft irgendwer was. Nee. Nein. Echt nicht? Du bist, du läufst so laut. Es ist wieder normal leise. Oder laut. Ja! Ja! Problem ist. Was denn? Wir sind Hämmer. Wir sind Hämmer! Boah! Wirf den Kopf! Wirf doch! Hey! Ich habe gedacht, dass du jetzt irgendwann wirst! Hey! Ich hatte auch gefühlt, dass ich drücken bin. Hä defeat? Ja, aber du nicht erst gewirrst. Ja weil du nicht gewonnen hast, vielleicht? Wann? 20 Leben sollte man schon haben. Oh! Remember, Hanz. Hä k... Scheiße. Rechts rum, immer rechts. Erstmal checken, was hier abgeht. Immer rechts. Der will mich killen! Der will mich alle killen! Nein! Ja, dann drück mal. Nö, drück es nicht. Du drückst doch selber. Ich bin nur noch ein halber Mann. Hä? Oh, toll. Ich muss neu spawnen. Warum? Ja, musst du rausfinden. Bist du es nur mit vollem Körper? Ah, okay. Alles klar. Ich habe es rausgefunden. Nur mit vollem Körper. Ja, ja. Tu mich auch. Töte ihn, wenn du ihn siehst. Remember, Hans? Loi! Hä? Ich spiel! Also... Du musst früher springen. Nein, ich bin falsch! Ah, das ist ein Bug in der Unreal Engine. Stimmt, ich erinnere mich dran. Mal ducken und... Ich war falsch. Hääääää! Selbst Fehler gemacht wie ich. Wo genau muss ich hin? Hm, verrate ich nicht. Ich habe das Tor schon lange aufgemacht. Hä? Ja. Okay, ich weiß auch nicht... Scheinmal geht auch der Knopf unten nicht mehr. Ja, weil das Tor schon auf ist. Ach, der öffnet einfach nur... Ach, ich hasse immer diese Bodenlupen. Die sind fies, ne? Weil man die nicht sieht so richtig. Also man sieht so gut, aber... Ja, die sieht man, aber man muss drauf achten. Ja. Alter, dieser rot-schwarze... Ja. Dieses rot-schwarze Gedöns hier, ey. Au! Was ist denn hier? Man darf übrigens nicht gleichzeitig ducken und springen drücken, dann springen nicht mehr, bis man ducken drückt. Warum sollte man das auch tun? Du Arsch! Du Arsch! Ey, ich hab gar nicht erfahren. Du hast mich gehauen! Oh, was ein... Oh. Aua. Alter, was ist das denn hier? Okay, jetzt wird's kriminell. Ach, da seid ihr auch schon. Scheiße, ihr Säcke. Ich hab nur... ne Idee, glaube ich, wie es geht. Aua. 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 Erfreulich deiner Idee! Nein! Ich hätte den Kopf werfen müssen. Au! Shit. Oh, das war gar nicht gut. Okay, ich hab's raus. Nein! Ich war quasi dünn. Ich bin alles, was du willst, ey. Jetzt wirf doch deinen Schädel, Mann! Kundi! Jetzt noch nen schönen Sprung! Wirf den Kopf! Oh, Kundi! Oh, Kundi! Nicht in die Knall! Kundi! Das war doch... Also, der Wurf war schön! Nein! Ich hab einen Leck. Ich hab keinen Leck. Ich hab keinen Leck. Das war einfach Unfähigkeit. Oh, oh. Oh, Kundi! Kommt ohne Damage durch! Das war stark! Uh! Uh! Haha! Ja, hier! Na, wie viele von euch sind ganz hier angekommen? Ich bin relativ gut. Ich glaube, ich hab nur ne Hand verloren. Ich hab den ganzen Kopf da gelassen. Hahaha! Das war schon ein echt gutes Game! Ja! Und das wird halt... Das wird halt simpel eigentlich, ne? Ja, wie gesagt, es gibt ja schon Workshop-Memes. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch ne Menge Content. Versus! Reach the Go! Fünf Leben! Das wird wahrscheinlich wieder gegenseitig töten sein? Ja! Weil ich das schon wieder sehe hier. Ja, und nun? Push me! Aua! Au! Nein! Nicht runterfallen! Was hast du denn? Faust! Aber wie geht's denn jetzt weiter? Ach, wir müssen uns killen. Okay. Doi! Das! Uh! Geil! Wo seid ihr? Er hat dich gesehen! Hahaha! Hahaha! Lol! Äh! Irgendwas hast du bei mir kaputt gemacht! Geht dich gar nix an! Oh! Oh! Da hat er ne Spritze! Oh shit! Was ist das denn für ne Spritze? Kunde an! Tja, komm her! Oh oh! Hahahaha! Alter! Äh! Die macht doch gar nix! Aua! Jetzt ist meine... weg! Jetzt habe ich zwei! Bei mir in der Hand! Oh fuck! Du hast mich getroffen! Ich werde auch sterben! Haha! Haha! War mich? Mann! Und ran! Du! Ah! Nein! 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 Scheiße! Du bist doch! Ich hab ne Kanüle eben! Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ich hab ne Kanüle eben! Du bist doch auch vergiftet gewesen! Ja ja! Oder? Doch! Doch! Ja! Da hat mein Kopf weg! Warum müssen wir so einfach in der Mitte auf? Lass mich einfach da drüber fliegen! Lass mich einfach da drüber fliegen! Aua! Du hast die doch abbekommen! Hör auf da rum zu spritzen! Oh shit! Ich bin einfach runter gefallen! Komm doch! Komm doch! Aua! 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 Ich wurde voll abgeschlagen von dem Hammer! Ich bin tot! Aua! Scheiße! Ich hab mich selbst gekillt am Ende! Ich hab meinen Kopf da jetzt drüber! Aua! Aua! So! Bist du nochmal gestorben? Ja! Wie viel Leben hast du? Drei! Echt? Oder? Oben ist die Zeit die verbleibend ist oder? Oh! Kann man seinen Kopf wieder aufheben? Ja! Du kannst seinen Kopf wieder aufheben! Kannst ihn wieder flicken ja! Jetzt seh ich nichts mehr! Jetzt ist die Kam... Ah ne jetzt geht's mehr! Aua! Oh! Oh oh kurz ran! Sieht nicht gut aus! Du musst den Kopf werfen sonst klatschst du auf! Wirf den Kopf! Geh! Ich kann nicht! Ah da hinten bist du! Ich kann nicht! Außerhalb der Map! Hier passiert mir nichts! Hier bin ich jetzt zufrieden! Okay! Musst du gleich noch zum Ziel oder? Ja aber ich kann... Hä was denn jetzt? Lauf mal zum Ziel weil ich spektate meinen Blutfleck! Ah jetzt geht's! Eine weitere schöne Runde Bananad ist vorbei! Leute! Ich hoffe es hat euch gefallen! Schaut auch gerne bei den anderen vorbei! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Macht's gut! Bis dann und ciao! Tschüss!